Ein paar Beispiele, wie man den Winkel zwischen zwei Ebenen berechnet. Yo, die kommen jetzt. Viel Spaß! Kurz zur Wiederholung. Ihr habt zwei Ebenen gegeben und wollt den Winkel zwischen ihnen herausfinden. Alles, was ihr dafür braucht, sind die beiden normalen Vektoren der Ebenen. In der Koordinatenform, so wie hier, könnt ihr die natürlich ganz schnell ablesen. Bei der Parameterform müsst ihr die erst berechnen. Im zweiten Beispiel haben wir mal eine eingebaut. Und wenn ihr die normalen Vektoren habt, dann macht ihr es mit dieser Formel hier. Oben das Skalarprodukt berechnen, unten die Längen der beiden Vektoren mal nehmen. Hier übrigens einmal bildlich, warum das klappt. Anstatt, dass wir den Winkel zwischen den Ebenen hier unten direkt berechnen, nehmen wir die normalen Vektoren und berechnen den Winkel zwischen denen. Die Winkel sind nämlich gleich groß, das sieht man hier ganz schön. Jetzt zum ersten Beispiel. Diese beiden Ebenen sind gegeben und ihr sollt den Winkel zwischen ihnen herausfinden. Wir legen direkt damit los, dass wir die beiden normalen Vektoren in die Formel einsetzen. Die könnt ihr ja einfach anhand der Vorfaktoren in der Ebenengleichung ablesen. So, oben beim Skalarprodukt rechnet man 2 mal minus 3 plus minus 2 mal 1 plus 2 mal minus 1, das ist minus 10. Hier die Betragsstriche nicht vergessen. Und unten die Wurzel aus 2 zum Quadrat plus minus 2 zum Quadrat plus 2 zum Quadrat mal der Wurzel aus minus 3 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat plus minus 1 zum Quadrat. Durch die Betragsstriche oben bleibt nur 10 stehen. Und unten kommt Wurzel 12 mal Wurzel 11 raus. Cosinus von Alpha ist also 10 durch Wurzel 12 mal Wurzel 11. Jetzt wollen wir ja den Winkel Alpha, also müssen wir das Ganze noch nach Alpha umstellen. Dazu einfach Cosinus hoch minus 1 auf beiden Seiten anwenden und schon habt ihr es. Man kommt dann auf einen Winkel von 29,4962 Grad. Gut, zweites Beispiel. Eine Ebene ist jetzt in Parameterform gegeben. Und von der brauchen wir ja den normalen Vektor, weshalb wir den einmal ausrechnen müssen. Wir machen es ganz fix mit dem Kreuzprodukt. Da kommt man auf den Vektor 101 und dann wieder beide normalen Vektoren in die Formel einsetzen. Vielleicht seht ihr schon, dass beide normalen Vektoren vielfache voneinander sind. Überlegt mal, was das für den Winkel bedeutet. Die Auflösung gibt's gleich. Wenn ihr das Ganze ausrechnet, dann kommt oben 4 und unten Wurzel 8 mal Wurzel 2 raus. Cosinus von Alpha ist also 4 durch Wurzel 8 mal Wurzel 2. Das wieder mit Cosinus hoch minus 1 nach Alpha umstellen und dann kommt man auf 0. Na, wer weiß warum. Genau, weil die normalen Vektoren vielfache voneinander sind. Das heißt ja nämlich, dass die beiden Ebenen parallel oder identisch sind. Und deswegen kommt 0 raus. Ob die jetzt parallel oder identisch sind, könnt ihr noch herausfinden, indem ihr den Aufpunkt der einen Ebene in die andere einsetzt. Schreibt uns mal in die Kommentare, ob sie parallel oder identisch sind. Wir hoffen im Hinblick auf das Thema ist jetzt alles klar bei euch. Und hoffentlich ist auch sonst alles klar bei euch. Ihr würdet uns ne Freude machen, wenn ihr uns ein Like und ein Abo dalasst und mal auf unsere Website geht. Da bieten wir nämlich unter anderem auch Nachhilfe in Mathe an, die ihr sogar mit euren Freunden nehmen könnt. Wir wünschen euch einen geilen Tag. Ciao. 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 Ciao.